Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge oder zu einer weiteren Folge von Rollercoaster Tycoon Klassik. Ja und wie ihr seht, Grafitgruppe, Häkchen dran, da sind wir jetzt komplett durch. Und ab heute beginnt dann die Smaragd-Gruppe. Und als erstes der schöne alte Bumbly Beach, der auch tatsächlich an dem Strand liegt. Und ich glaube den gibt es auch wirklich, also die Achterbahn gibt es auch. Kann man glaube ich irgendwo lesen auch, dass es die auch glaube ich irgendwo in Amerika gibt. Wobei glaube ich alle Freizeitparks, die es hier wirklich gibt, alle aus Amerika kommen. Jetzt muss ich lügen, denn ich kenne mich Amerika mit Freizeitparks so gar nicht aus. Aber für die, die da ein bisschen affiner sind, ist ganz schön laut. Ähm, ich starte mal nebenbei. Da ist es tatsächlich so, dass viele tatsächlich existieren. So gut, okay, Colossus ist im Jahr 2002 in England gebaut worden. Ach, die erste Achterbahn mit 10 Inversion, und zwar die Colossus in England. So, und damit herzlich willkommen. Aber wir lassen einfach mal weiterlaufen. Im Bumbly Beach. So, hier unsere wunderschöne freie Fläche. Unser Ziel 250, Quatsch, 250, das wäre super. Aber 750 Besucher bis Ende des Jahres 2. Und na gut, Parkvorherde von 600, das ist wieder kein Problem. Eintritt ist frei. Und den Rest sollten wir hinkriegen. So, ich werde es auch dieses Mal nicht so im Eilverfahren machen, sondern mich auch ein wenig um die Optik kümmern. So, dass wir auch mal einen halbwegs schönen Park haben. Und nicht immer nur bauen, 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 schnell vor. Und dann wieder bauen, weiter vor. Und also so durchrushen. Sondern, ja, diesmal auch so ein bisschen was für die Attraktivität machen. Dass es hier mal ein bisschen schöner aussieht. So, okay, wir beginnen. Klassisch, wie immer, mit den Häusern. Also das, was wir immer bauen. Ja, kann man ruhig hier ein bauen. Und den Ausgang machen wir hier. 1 Euro. Deswegen werden jetzt auch höchstwahrscheinlich immer drei Folgen pro Park kommen. So zumindest mein Plan. Aber wir werden es dann mal sehen. Wie weit war es, oder wie lange wir wirklich dafür brauchen. So, dann machen wir hier nämlich gleich mal Essen und Trinken einmal hin. Einmal Trinken. Und einmal, was können wir da daneben machen? Achso, wir haben eh nur Pommes. Pommes. Deswegen machen wir hier die Pommes hin. So, da machen wir mal ein wenig. Dann haben wir das. Dann würde ich gerne so, so. So und so. Dann können wir nämlich hier auch nochmal hier ein paar Blömmchen. Und wo waren denn diese Springboden? Haben wir die noch gar nicht? Doch, hier haben wir Springboden. Ähm, Elephants. So, dann brauchen wir nur noch mal ein paar Bänke. Denn das wird dann hier die Chill Area, wo die Leute dann Essen und trinken können, entspannt. So, Mülleimer, Mülleimer. Da haben wir schon Mülleimer. Ja, okay. Ich denke, das sollte erst mal reichen. Bata-dam-bam-bam. Weil wir könnten hier natürlich auch Laternen bauen. So, dann haben wir hier nämlich entspannt was zum Sitzen. Wo die Leute dann, naja, wenn sie nach hier hinten gehen würden. Also wir könnten hier theoretisch auch. So, da. Das Ganze weiterbauen. Das ist bitte nicht. So, dass wir hier dann vielleicht auch noch so die ein oder andere Attraktion hinbauen. Dass hier die Leute auch lang gehen. Können wir mal gucken, was wir noch so bauen können. An moderaten oder an gemäßigten Bahnen. Hier zum Beispiel so ein Riesenrad. Dass wir das beispielsweise hier hinten hinsetzen. So, den Ausgang können wir ruhig hier hin machen. Da, den Ausgang. Da, den Eingang. Und, ach, jetzt habe ich hier schon wieder die Bäume. Ach, es kotzt mich an. Ach, schon wieder vier so eine Bäume. Ich weiß nicht, durch was die immer kommen. Keine Ahnung. So, ich drücke mal nicht mehr die F4. Mal gucken, ob dann trotzdem die Bäume entstehen. Da, 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 da. Jetzt sind natürlich hier die Bäume im Weg. So, dann machen wir auch hier nochmal so ein kleines Beet hin. Und da drüben. Machen wir es mal so, dass wir hier so ein kleines Muster haben. Ja, wahr? Dann könnten wir da auch eine Toilette hinbauen, beispielsweise. So, für 20 Cent. Gleicher Preis überall. So, und dann haben wir hier so eine kleine, ja, schon mal schönere Ecke. Entspannungsecke. Toilette, Essen, Trinken. Riesenrad ist noch mit drinne. Und ein Spukhaus. Ja, da weiß ich nicht, ob wir da noch was hinbauen können. Wahrscheinlich aber eher nicht. Doch, so ein... Äh, ja, ich weiß nicht. So eine Spiralgleitbahn. Ist jetzt hier ein neuer... Neuer Dings entstanden, ein neuer Baum? Ich glaube nicht. So, da kann man es auch so bauen. Da muss nicht wirklich viel... an... Äh, Warteschlange rein. Ich habe hier noch so ein Büschlein. Ist da tatsächlich kein Platz mehr? Ach, hier. Okay. Ah, okay, das ist das Ding schon im Weg. Alles klar. So, dann können wir wieder alles hier aktivieren. So, dann machen wir noch ein paar Bäume. Hier vorne können ruhig noch... Obwohl, da könnte man vielleicht mal einen kleinen Zehen inbauen. Das war's sagen. Wir machen das Ganze ein wenig weg. Nach unten. Und da eventuell auch gleich. Und dann sagen wir hier mal Wasser. 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 So, dann haben wir hier so einen kleinen... Naja. Mini-See. Den wir allerdings auch... ein bisschen größer machen könnten. So, dass wir hier einfach so einen kleinen See haben. Wo wir dann auch so eine Wasserattraktion hier bauen können. So, da muss ich jetzt allerdings... erst einmal hier so ein bisschen machen. So. Wobei das eigentlich auch egal ist. Wir können es einfach so abgehackt lassen. Die Ecken würde ich gerne immer nur so ein bisschen haben. Dass die dann nämlich nicht so ganz hart sind. So, mal kurz ein bisschen wechseln hier. Da passt das auch. Und ich denke, der Rest sollte dann auch passen. So, dann machen wir hier überall Wasser. Und dann bauen wir hier mal... weiß ich nicht... Tretboote. Hier so eine Gummibote. Muss auch nicht groß sein. Oh, ich habe kein Geld. Was? Machen wir tatsächlich Minus? Wie viel... Geld nehmen wir denn hier bitte ein? 4 Euro. Muss da eigentlich passen. Wie viel Kredit haben wir? 10.000 Kredit? Ich habe doch nicht 10.000 Euro schon ausgegeben. Nie im Leben. Nie im Leben habe ich so viel Geld schon ausgegeben. So, dann Eingang. Gut, der ist natürlich relativ simpel. Ausgang. Das passt. So, dann haben wir auch noch eine Wassertraktion. Ja, die ist natürlich sehr begrenzt hier nur auf den kleinen... auf den kleinen See, den wir jetzt hier gebaut haben. Aber immerhin besser als gar nichts. So, was haben wir denn hier noch? An die Attraktionis. Oder Niko Rationis. So, machen wir hier einfach mal so ein paar Statuen. Die machen wir auch mal weg. Da können wir auch ruhig... hier so ein bisschen Bäume machen. Und mal sterben. Ach, die kann ich gar nicht ins Wasser bauen, ne? So, hier so ein bisschen noch... Sträucher bauen. So. Muss reichen. Da, 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 da. Bam, 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 bam. Gut, okay. Gut, da hinten können wir theoretisch auch noch irgendwas hinbauen. Hier vielleicht so einen kleinen Kirschbaum oder so. Und neben das Klo könnte auch noch was... Kinderachterbahn haben wir jetzt noch freigeschaltet, okay. Aber wir gucken erstmal, was wir noch haben. Ähm, ein Aussichtstürmchen. Würde sich hier anbieten, ne? Oder wir bauen ihn hier hin. So, 27 Meter ist okay. Am Eingang könnten wir ruhig hier vorne hinbauen. Ausgang... Dorthin. Oder wir machen den Ausgang... ...nach hier hinten. ...ein Euro passt. Und bauen den dann so. Eingang so, dann passt das nämlich. Und hier könnte man dann auch nochmal... ...entweder einen kleinen Teich... ...oder vielleicht nochmal ein paar Bäte bauen. ...bäte. Aber wir bauen erstmal ganz kurz nochmal... ...na... ...so, hier nochmal ein bisschen was zum Sitzen. Und Mülleimer. So, dann können wir hier nämlich... ...auch nochmal ein paar... ...Laternen umbauen. Und hier nochmal ein paar Bänke... ...und Mülleimer. So, dann haben wir nämlich... ...alles gut ausgenutzt. Dann machen wir hier noch... ...ein kleinen Teilchen. Ah, geht das überhaupt? Ja, so geht's. Genau. Und den Rest machen wir einfach nach unten. Das ist jetzt nicht der schönste Teich... ...den ich in meinem Leben sehen werde. Oder hier. Aber, besser als gar nichts. Und wir haben noch so eine kleine... ...Fläche mit Wasser. So. Na? Wie so ein kleiner Diamant. Aber kann man aber so machen. Dann können wir meinetwegen... ...auf die Ecken hier auch noch so ein paar... ...Wische. So, haben wir den auch mal ausgefüllt. Und... ...ja. Geht auf jeden Fall gut voran. So, haben wir den überhaupt Mitarbeiter? Fällt mir grad mal so ein? Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Drei Stück sollen reichen. Ein Mechaniker. Vielleicht ein bisschen wenig. Machen wir erstmal zweier. Ein Security-Typen. Und Entertainer lassen wir erstmal. Denn wir müssen erstmal auf Geld kommen. ...ja. Die Farben des Tages sind hier anscheinend... ...rot und weiß. Zumindest auch schon, was die Achterbahn betrifft. Deswegen machen wir einfach mal... ...überall die gleichen Farben. So, dunkelrot. Das hier. Und... ...so, grau. So, und der Boden, der kann meinetwegen schwarz sein. So, hier haben wir auch dunkelrot und grau. Das passt. Der Rest ist schwarz. Dann hier ebenfalls dunkelrot. Und... Na gut, grau lassen wir aber hier. Oder? Boah, das sieht aber richtig kacke aus. Das ist mit dunkelrot und schwarz. Ja, das sieht schon einigermaßen besser aus. Wobei, ich mach mal das lieber dunkelrot und das andere schwarz. So, das sieht doch besser aus. Eingänge. Hat auch nicht so komische Eingänge. So Zelteingänge. Ah, da. Zelteingang. Gibt's hier irgendwas? Besonderes eigentlich nicht, war das eine ganz normale Stadt nur. Gibt's irgendwie kein Thema. Obwohl, es ist Strand. Naja, Zelt und Strand. Also, Zelt ist für mich eher so in der Wüste. Da könnte man Zelte bauen. Ach, wir haben ja hier sogar ein Riesenrad schon. Na gut, dann haben wir halt zwei Riesenräder. Who cares? Man kann die zu wenig Riesenräder haben. Ja, hab ich mich ja wunderbar umgeguckt. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Ne, ne? Ich, dass hier noch irgendwas baue, was ich schon längst habe. Aber der Rest passt erst mal. So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ähm, Wagenbahn. Da bauen wir mal bitte ein eigenes Design. Ich würde es nämlich gerne hier bauen. So, dass wir hier einfach mal so zweimal durchfahren können. So, dann geht's los. Ach, es geht hier nur. Ich hab gedacht, wir können hier auch so, äh, die S-Form und so weiter machen. Ach, da würde ich gerne rüber gehen schon. Hm. Okay, wir machen es mal anders. So, wir gehen mal stark nach rechts. Stark nach links. Und dann geht's bergauf schon. So, dass wir über die Achterbahn kommen. Yeah, sehr schön. So, dann geradeaus. Doppel-dings. Dann können wir nochmal nach unten gehen. Links, rechts. Dann geht's nochmal hoch. Ah, Mist, da kommen wir nicht drüber. Schade, schade. Ah, da müssen wir schon früher höher. Eins höher müssten wir schon. Okay. So, dann machen wir links. Geradeaus. Rechts. Und dann geht's schon hoch. Oh Gott, wo bin ich denn gerade? Nee, das stimmt hier irgendwie nicht so ganz. Jetzt hier nach rechts. Nee, jetzt eigentlich erst geradeaus, dann rechts. Und jetzt müssen wir schon hoch. So, dass wir dann auf die Fünfe kommen. Ach, kann man nicht. Okay, dann müssen wir doch mehr Anlauf nehmen. So, und ab jetzt geht's schon mal hoch. Ach, jetzt sind wir schon zu früh hoch. Ah, alles Probleme. Können wir jetzt durch? Nee, auch nicht. Aber jetzt sollten wir durch. Immer noch nicht. Ja, das geht nicht. Das geht leider nicht so, wie ich's gerne hätte. Aber vielleicht machen wir es dann einfach hier so. Ach, das geht auch nicht. Aber so könnten wir es jetzt bauen. So, hier so eine große Kurve. Wieso kommen wir denn da nicht rüber? Ach, jetzt kommen wir rüber. Wollte doch gerade sagen. So, dann sind wir nämlich jetzt über den Berg. Da können wir mal richtig schön runtergehen. Links. Gerade. Links. Und dann sind wir wieder an der Station. So, da haben wir nämlich die Achterbahn hier mit eingeschlossen quasi. Und wir können hier ein wunderschönes neues Attraktionchen begrüßen. So, wie benehmen wir dafür? Machen wir mal 2 Euro. Wagen haben wir 20. Rennwagen. Sportwagen. Pickups. Machen wir Sportwagen. So, öffnen. Nee, testen brauchen wir es nicht. Alles gut. Und wir sagen mal hier. So, das reicht. Von der Warteschlange her. So, Geschwindigkeit können wir doch bestimmt auch einstellen, oder? Gibt es hier keine Geschwindigkeit für die Wagen? Nö. Naja, gut. Ähm, die Hauptbahn hat bitte... Genau. Und das ist grau. Ich weiß gar nicht, was da schwarz sein soll. Wir machen es mal gelb. Da ist etwa gar nichts. Um die so schwarz oder gelb. Und Fahrzeuge machen wir mal so gelb und grün. Ich weiß gar nicht, welche Farben die Bahnen haben hier. Gelb, grün und rot wahrscheinlich, wa? Oder gibt es hier nur zwei Bahnen? Da haben wir gelb, da haben wir grün. Okay, gibt nur zwei Bahnen. So, die können auch viel, viel schneller hintereinander losfahren. Machen wir mal hier fünf Sekunden. Wartezeit. Dann sollte sich der Stau hier hinten auch bald erledigt haben, hoffentlich. Und wir können einfach auch mehr Besucher hier gleichzeitig fahren lassen. Ja, vielleicht müssen wir uns nochmal runterregulieren, auch so drei, vier Sekunden. Ja, müssen wir gleich angucken, welches da das Beste ist. Achso, ich habe übrigens gar nicht vor, schon gemacht, ne? Ich depp. Ja, wie ist das denn da raus? Ja, so, gut, haben wir... Na gut, wir sind ja gerade mal im Juni. Aber es geht voran. Klangkark. Baumstammkanal. Ja. Machen wir.